hallo meine lieben freunde und herzlich willkommen zurück ich bin es wieder euer fackel delusius und es geht weiter mit dem glaube ich sechsten kapitel von der story von inschatte 2 das kapitel heißt glaube ich wunschkonzert hoffa geht's das gefällt mir gar nicht nach nein nein wir sollten uns vielleicht einen anderen weg zum hotel suchen und um diese typen ein bogen machen weißt du überhaupt wie man mit sowas umgeht was ich ja doch ich schleiche mich um sie herum und springe ihre party hast du da nicht jemanden vergessen ja da kommst du ins spiel um den musst du dich kümmern aber mach es leise ach so leise du bist sicher das klappt ja das ist eben kein wunschkonzert was heißt denn das schon wieder so und jetzt wissen wir warum dieses kapitel so heißt auf geht's dreht er sich mal um oder muss ich hier den machen okay noch einer nein nur die zwei da haben wir den einmal die mikroampage nehmen wir die ich glaube den eben auch so kollege kommst du mal bitte an den rand nein warte nicht komm jetzt lass fick dich ja zack das war meine panzer forst sag mal woher die wissen dass ich hier drin bin sag mal ohne sinn haben die direkt auf mich geschossen so als ob wir unseren plan belaufen ich hoffe das war jetzt keine verschwendung von der panzer forst keine ahnung ob uns hier noch größere wie schütze erwarten erstmal die ak wieder nehmen überlebenskünstler jawohl das sind wir in der tat den haben wir ich will wenn wir nicht rein gehen ich weiß nicht was da drin auf mich wartet ich will schon ein bisschen in den nacken gehen aber ich lasse das lieber die granate ist nicht für mich musst du chloe ein bisschen leiden ah danke für das bieten wir kommen die granale habe ich auch die war für mich hier ist noch ein bisschen danke guck mal wie viele da rauskommt das ist überwältigt wo kommen die mir alle hin man nein die kommen mir wie die fliegen ja verrückt dich einsatzscher Typ ich krieg's erstmal seine harte auf aber nur sorry chloe wollte ich nicht mir geht's gut mir geht's gut wir wissen Leute einsatzschwert bester aber nicht so bester wenn ich keine Munition für die Pistole habe was ja geil siehst du jetzt hätte ich die Panzerpost gerne aber wie ich glaube ich schon gesagt habe das ist immer kein Wunschkonzert juhu das ist das Zitat merkt es euch euer Leben Leute das Leben ist kein Wunschkonzert ganz ernst oh ich weiß doch was jetzt hier abgeht zack kobe ihr wisst es boom ok vielleicht bin ich tot ich wäre blöd immer noch so viele was denn ist echt so what the fuck muss ich da hoch wahrscheinlich muss ich da hoch ne hier noch eine galaktische erst mal den Weg ein bisschen frei machen hau ab oh jo jungs viele sind hier denn das sturm so das war nämlich frech das hier einfach hier rein kommt so jetzt aber auch wiedersehen nein hinter der Deckung geht wohl nicht ja ich glaube das war der letzte das ist das Hotel jetzt müssen wir nur noch nach oben erst mal Munition und Kanaten und einen Chip den wir brauchen hey was hier drüben hier schau mal da ist eine Feuerleiter ak beste Leben hopp hopp jawohl hier aus gibt es einen anderen Weg nicht von hier aus was denn wollt ihr da hingeguckt man können wir da nicht hingucken wirklich clever easy tragen uns diese Schilder easy ha ich wusste es aber deswegen spielen wir die Kampagne nicht das war jetzt nur ich wusste halt dass hier noch einer war alles klar easy das war gar nicht nett das hat ein Generator erwischt ich will mal das war gar nicht nett das hat ein Generator erwischt ich will mal noch ein bisschen noch ein bisschen das bringt nichts ich brauche Strom um dich da rauszuholen hältst du noch durch klar ich werde dir so lange die Füße vertreten der Schutzschalter muss irgendwo oben sein keine Sorge ich mach das schon so warum haben die es jetzt gerade aufbekommen aber jetzt kriegen sie es nicht mehr auf was hat sich verändert der Strom ist weg und sie steckt fest ich schwörs wenn da ein Zombie um die Ecke ist warum jetzt Zombie tut so als ob ihm das schon schon mal passiert wäre gut dass sie sich festlädt als hätte ich jetzt gestorben jawohl das machen wir im Schlaf machen wir das im Schlaf was ist los liegt hier der Weg ist offensichtlich ja natürlich Gesellschaft nice alles klar Jungs ihr müsst jetzt sterben jawohl so jetzt immer noch Shotgun oder nicht Shotgun ja jetzt nehme ich sie mit Alter jetzt im Spock drauf und kommt der denn auf einmal her also trägt doch nicht mein Herz nein hier danke runter oder hoch ne oben hat er gesagt ne Schutzschalter ist oben ja was ist hier boah boah wie wir den weg gesnackt haben wie wir den weg gesnackt haben du siehst mich nicht mehr ja komm mal boah diese One-Shot-Seite schmeckt dir richtig aber warte warum ok da ist ein Rohr ich wollte schon sagen ob das Rohr so ausbalanciert ist oder steckt es da fest keine Ahnung jawoll sogar auf die Distanz easy peasy ist das kein Problem für uns Nate du hast mich doch nicht etwa vergessen ähm das sieht aus wie Strom ich hab's das hier ja sonst noch was was cool ist nein sie sind überall diese exklusiven Fässer ne einmal Pech gehabt und dann sind wir gleich geschafft komm oh guck mal hier Leiter und hoch mit dir na das fängt ja an dir Spaß zu machen hehehe Glovie hat uns durchschaut zack oh Leute ihr wisst doch jetzt was kommt oder ihr wisst es ihr wisst es wir gehen schwimmen jawoll Chloe kann auch rein das Wasser ist sehr angenehm hehehe ahja nice das feiere ich Bizzle Bar hier ein ganz schickes Hotel eigentlich Frage ist wo geht es lang wo geht es lang geht es hier lang geht es hier lang ne warte jetzt hab ich genau ahne wo es lang geht Spiel gib mir ein Tipp ok echt noch weiter hoch zack so da sind wir jetzt brauchen wir nur noch den richtigen Tempel klar hier gibt es ja auch nur zwei oder drei die Nadel im Heuhaufen vielleicht können wir oh Bingo da ist er das ist er ja muss er sein da wo sie wild rumballern und die ganzen Explosionen sind war ja klar Nate da hält sich Lazariewicz auf ich hatte gehofft wir würden in die andere Richtung gehen tja das ist eben kein Wunschkonzert oh ich wurde in Sektor 18 gebietet ah Mist wir sind nicht zufällig in Sektor 19 statt durchkämmen finden und aushalten dieser verdammte Mistkerl ok verschwinden wir hier na los Nate wir müssen weiter ach ja warum hat er so so viel Shit am Start so viele Leute Helikopter Autos so crazy ich pass doch auf Mensch ok das könnte jetzt keine Ahnung ich hab's nicht gib mir die Hand geh schon lauuuuch riesen oh stimmt hin ab und halt natürlich naja komm ich hab's nicht was ist denn jetzt so wie bring ihn um oh warte hier ich schimmer oh mein Herz oh mein Herz oh mein Herz nein er ist nicht down WTF jetzt frage ich mich noch ist die Schott ganz so gut hier aber der hat auch eine weiß gar nicht ich muss den Heli bekämpfen ne für Flucht das ist die bessere Entscheidung Flucht aber der hat auch hier alles so ein besser ich bin es geht alles okay weiter gehts jung keine Rücksicht auf das hier schnauzen warte, gib ihm doch noch. Nein, er gibt ihm nicht. Toll jetzt. Du bist so viel. Schmerz. Boah, legst werden mit. Boah, leben am Limit hier, ne? Obwohl zum Mittel ist. Stell mal vor, schwierig jetzt. Ich wäre schon dreimal gestorben. Komm jetzt raus aus seiner Deckung. Haben wir nicht. Äh, vielleicht eine Fahrstelle nehmen? Nein. Ach nee, was macht ihr denn hier nicht? Ja, natürlich. Oh. Na, ich bin jetzt für mich vergehen. Verdammt. 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 Das ist nicht gut. Verdammt. Wollen wir zum Mechowin? Nein. Ja. Wo kommt der hier? Wo kommt der hier? Wo kommt der hier? Wo kommt der hier? Wo kommt die alle her? Scheiße. Oh. Da waren wir beinahe drin? Klar, aber... Oh. Ja, komm nehmen wir mit. ich muss mir rauf oder runter ich weiß diese jokes hier die werden von mal zu mal besser überspringen bei der distanz jetzt unsicher wer hat das geschossen du warst das warum überlebt er das ja und das war es mit der typ da zwei schüsse davon ausgeräten ich glaube die waffe das gibt's kluge widerstandskämpfer muss man ja sagen ok was findet ihn wo seid ihr wo sind die denn da sind ja jungs headshot da kommt ja nur noch umfallen hier geht es weiter jetzt habe ich was für dich und auch wenn du willst ich habe kein problem für mich boah da soll der flügel balle ich hier weg nein und da hab ich gefehlt doch warte was tust du hier lass mich in ruhe nein warum treffe ich jetzt nicht mehr ok bleib stehen büftel bleib stehen what the fuck oh ne dein herz schwindet oh mein herz ja jetzt aber wie er brennt schon man alter er will nicht down gehen schluck doch so viel gut dass er so viel munition ist ganz ehrlich sonst rip ja ich erinnere mich gar nicht dass er so viel ausgehalten hat das crazy lass die brücke runter macht es noch Sinn mit dem granatenwerfer weiter zu gehen haben wir doch eine richtige waffe in der k ach komm wenn wir schon haben ist doch eine seltenheit hier in dem granatenwerfer nehmen wir denn mit weiter geht's zack ist hier lang? ne oh westkaliber ich weiß nicht ja nein komm tschuldigung hey das kabel es bringt uns runter los los das ist auch cool ja bei uns weiß das heil warum denn nicht tut das weh kann auch nicht einen plan mal funktionieren wenn wir einmal was machen hier einmal ein seil rutschen nein das muss direkt vermacht sein das heil ach guck mal dass der kaputt herliegt den haben wir auseinandergenommen oh wir waren da oh hey nicht schießen hey nate was zum teufel machst du denn jenna jenna was du kennst den kerl ja das ist drake oh sorry und was hast du mit diesem chaos zu tun willst du die tempel plündern das museum ausräumen freut mich auch dich zu sehen und ihr wollt hier sicher nur die welt retten stimmt's ja wir sind einem flüchtigen kriegsverbrecher auf der spur so dann lasarewitsch schon von ihm gehört macht das nicht die nato die glauben er ist tot durch einen bombenangriff und ihr wollt jetzt das gegenteil beweisen weißt du was der kerl ist ein monster nate ich meine folter verstümmelungen massen hinrichtungen und so weiter aber jetzt jetzt plant er etwas neues aber warum hier warum die ganze stadt verwüsten das ergibt alles keinen sinn ich habe sie abgehängt ist schon gut chloe das sind journalisten wir müssen weiter wenn wir nicht wollen dass lasarewitsch uns einholt also oh man nate hey hey moment keine voreiligen schlüsse sorry kennt ihr zwei euch etwa schon länger auch elena fischer vorjahresmodell witzig nein nein schön dass du dich amüsierst naja ich hätte dir nur nicht zugetraut dass du auch solche mauerblümchen wie die da abfährst sie ist viel taffer als sie aussieht ehrlich oh oh was du liebst sie noch oh bitte tust du doch gibst euch zu ach verstehe eifersüchtig und wie casanova wir müssen jetzt weiter warte die zwei kommen mit das ist nicht dein ernst absolut ich kann sie nicht einfach hier so zurücklassen wir halten uns nur auf und wenn sie uns erwischen nate wenn lasarewitsch dich und mich zusammen sieht ich werde sie nicht zurücklassen musst du denn immer den helden spielen verdammt nate du solltest lieber prioritäten setzen ja verstehe schon trotzdem kommen sie mit uns wir kommen schon klar nate danke denk lieber nochmal drüber nach misst lauf ich glaube nicht vorsicht ok ok ja gut stopp stopp erst mal genau jetzt nein geh doch in decken gib mir in das sofa danke und dann machen wir noch diese ballerei hier stopp das war es mit dem sechs kapitel von uncharted 2 in der nächsten folge geht es weiter mit dem siebten kapitel ich habe den titel jetzt nicht gesehen keine ahnung wie das siebte kapitel heißt das war halt ne bisschen ballerei hier da war ja schon panik aber wie dem auch ich bin auch gerippt heute was soll das man unnötig egal wie dem auch sei wenn es euch gefallen hat lasst ein like da gerne auch ein abo ansonsten sehen wir uns in der nächsten folge wieder bis dahin haut rein tschüss